Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine digitale Zeitschaltuhr hier richtig einstellen und vor allem auch anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es hier die unterschiedlichsten Hersteller und vor allem auch Modelle, doch alle funktionieren relativ ähnlich, weswegen diese Anleitung für dich geeignet sein sollte. Zuerst einmal sollten wir unsere Zeitschaltuhr unbedingt an eine Steckdose geben und wenn der Bildschirm hier oben nicht sofort aufleuchtet, dann einfach mal für circa eine Stunde warten, denn dann muss sich der interne Akku erst wieder etwas aufladen. Als nächstes setzen wir unser Gerät hier mal auf die Werkseinstellung zurück. Hierfür am besten einen normalen Zahnstocher nehmen und diesen hier rechts neben dem Reset einfach mal in diesen Knopf hineingeben. Ich drücke hier also etwas und schon wird das Ganze automatisch wieder auf meine Werkseinstellung zurückgesetzt. Nun stelle ich den aktuellen Wochentag und vor allem auch die aktuelle Uhrzeit ein. Bei mir ist es gerade Mittwoch, 12.05 Uhr und jetzt muss ich einfach mal hier unten bei den Tasten auf Glock mit einem Finger draufbleiben, anschließend auf Week so oft draufklicken, bis hier oben auch die entsprechende Einstellung eingestellt ist. Bei mir Wednesday, also für Mittwoch, das passt. Ich bleibe immer noch auf Glock drauf, gehe jetzt hier auf Hour, 4 Stunden, klicke einfach so lange, bis ich bei der 12 angekommen bin, das passt auch. Und hier drüben bei Minute dann noch so lange, bis ich auch die Minuten eingestellt habe. Und somit ist Mittwoch, 12.05 Uhr jetzt richtig eingestellt. Nun stelle ich aber ein, wann meine Zeitschaltuhr den Strom auch freigeben soll. Hierfür muss ich hier unten einmal auf Timer draufklicken, dann gelange ich auch schon in mein erstes Programm on. Bedeutet, dass ich hier jetzt einfach mal die Uhrzeit eingeben kann, wann wirklich der Strom angehen soll. Klicke ich nochmal hier unten auf Timer drauf, bin ich immer noch im ersten Programm, doch dieses Mal off. Also da wird die Uhrzeit eingetragen, wann das Ganze wieder ausgehen soll. Und ich kann jetzt hier unten auf Timer so lange draufklicken, bis hier drüben wirklich all meine Programme durchgegangen sind. Also bei meiner Zeitschaltuhr sind es genau 10 Programme. Danach gelange ich wieder bei meinem ersten Programm zum Einstellen. Und wichtig ist auch noch, dass sich die Programme von den Uhrzeiten hier auf gar keinen Fall überschneiden sollten, da dann die Zeitschaltuhr einfach verrückt spielt. In meinem Beispiel möchte ich jetzt einen lufterfrischer Montag bis Freitag von 10.15 Uhr in der Früh bis 11.15 Uhr laufen lassen. Hierfür muss ich erst einmal auf Week hier so lange draufklicken, bis auch wirklich die entsprechende Einstellung drin ist. Also zuerst einmal sind die ganz normalen Wochentage dran. Dann gibt es auch noch Kombinationen, wie in meinem Fall jetzt zum Beispiel die ganze Woche oder Montag bis Freitag, so wie ich es ja auch haben möchte. Als nächstes gehe ich auf Hour einmal drauf, also stelle die Stunden wieder ein. Ich habe ja gesagt von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Danach auf Minute, dass ich auch wirklich die 15 Minuten hinten hier habe. Und somit wird jetzt auch schon Montag bis Freitag der Strom von 10.15 Uhr angeschalten werden. Jetzt klicke ich auf Timer hier unten drauf, um auch die entsprechende Einstellung bei Off einzustellen. Ich gehe also wieder bei Week so weit, bis hier oben Montag bis Freitag ausgewählt ist. Wieder bei Hour drauf. Ich möchte es bis 11.15 Uhr laufen haben. 11 Uhr und noch bei Minute auf 15. Und wenn ich jetzt nochmal hier unten auf Timer drauf gehe, dann ist das Ganze auch schon automatisch eingespeichert. Wie schon erwähnt, hier habe ich jetzt 10 verschiedene Programme, die ich einfach mal nach Lust und Laune einstellen kann. Und wenn ich jetzt aber eins löschen möchte, dann muss ich wieder auf die entsprechende Ansicht hier gehen. Klicke mal hier auf RIS, was für Reset steht, drauf. Dann wird das Ganze auch schon gelöscht. Natürlich sollte ich auch in meinem ersten Programm das Off löschen. Und falls ich mir jetzt aber doch einmal anders überlegt habe und ich möchte es wieder zurückholen, dann auch wieder auf diesen Knopf drücken. Und dann wird nämlich RCL, was für Recoil steht, aktiviert. Und meine Einschaltzeit wird wieder zurückgeholt. Die letzte wichtige Einstellung ist noch hier unten dieser Knopf On, Auto, Off. Bei mir ist gerade Auto eingestellt, was einfach bedeutet, dass auch wirklich die Zeitschaltprogramme, die ich programmiert habe, hier im Moment laufen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einmal hier drauf klicke, das Ganze auf On geht, dann habe ich auf meiner Steckdose hier unten auch wirklich durchgehend Strom. Also die Zeitschaltprogramme sind sozusagen nicht aktiviert. Und wenn ich noch einmal weiterklicke und hier oben steht jetzt Off, dann ist meine Zeitschaltuhr auch durchgehend deaktiviert, was zum Beispiel für einen Urlaub recht interessant sein kann. Und somit habe ich meine digitale Zeitschaltuhr jetzt auch schon richtig eingestellt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens noch so eine weitere digitale Zeitschaltuhr oder auch ein älteres analoges Gerät zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenersteller zum relativ günstigen Preis und das Beste, weil das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal.